Wir von der HIT beschäftigen uns sehr stark mit dem Thema Elektromobilität. Die Leistungselektronik ist ein essentieller Bestandteil, beispielsweise als Wechsel- oder Gleichsturmrichter für Elektromotoren oder das regenerative Bremsen. Wenn man sich die Materialstückliste eines leistungselektronischen Moduls genauer anschaut, so notiert das Metallkeramische Substrat auf Platz 2 der teuersten Bestandteile. Mit ca. 35% direkt nach dem Halbleiter. Wir konnten herausfinden, was die wichtigsten Features am Produkt sind. Was braucht er? Wir haben das runterkondensiert auf die zwei Faktoren Vailability, das heißt Langzeitstabilität und Energiedichte. Im Automotive-Bereich, der spannendste Teil von dem Gesamtmarkt, ist nun eine Zwickmühlensituation. Und zwar erhalten Einzug zwei Keramiken, einmal die ZTA, die ist zwar sehr günstig, erfüllt aber nicht den kompletten Kundennutzen. Die AMB erfüllt den Kundennutzen, ist aber viel zu teuer. Das heißt, hier konnten wir mit diesen Kundengesprächen eine sogenannte Technologielücke identifizieren, die wir als Herios Electronics adressieren möchten. Wir machen das mit der Produktinnovation TFCB. TFCB steht für SICK-Film Copper Bonding. Mit den Kundengesprächen konnten wir noch eine zweite Baustelle identifizieren, und zwar, wie der Halbleiter, der Chip, auf das Metallkeramische Substrat gesetzt wird. Das wird heutzutage noch gelötet. Und dieser Prozess ist sehr ineffizient. Ich möchte hier nochmal ganz kurz durchgehen. Als allererstes muss auf das Metallkeramische Substrat eine Paste aufgebracht werden. Dann wird der Chip aufgesetzt. Hier kann es schon Fehler in der Positionierung des Chips kommen, durch den Pick-and-Place-Prozess. Dann erfolgt der eigentliche Lötprozess. Und nach dem Löten muss auch noch gereinigt werden, weil jede Menge Lötspritzer auf dem Substrat vorhanden sind, was die spätere Prozessierbarkeit beeinträchtigt. Das heißt, aus OPEC-Sicht ein absolutes Desaster. Wir haben hohe Hausbeuteverluste. Wie wollen wir das lösen als Herreos Electronics? Wir bieten sogenannte vorbeloadete Substrate an. Das heißt, der Kunde muss nicht mehr selbst die Paste drucken. Zusätzlich setzen wir einen selbstentwickelten Kleber ein, der auf das Depot, auf das Lottepot aufgesetzt wird. Dadurch hat der Kunde den Vorteil, dass er eine exakte Positionierung des Chips vor dem Löten hat und damit die Ausbeute signifikant erhöht. Durch die Verwendung von Preforms muss er nicht mehr reinigen. Das heißt, hier fällt ein kompletter Schritt beim Kunden weg. Abgerundet, wie dieses ganze Angebot, durch die optionale Features, sogenanntes MCS Plus. Der letzte Punkt ist Service Plus. Hier versteht sich, dass wir unseren Kunden in unserem App Center, Nextdoor sozusagen, die komplette Wertschöpfung anbieten. Das heißt, wir können unsere eigenen Substrate nehmen, eigenen Lotpasten und bauen das komplette Modul auf. bis zur theoretischте仲 geben Ihnen einstes basically. Darin hat es herausgeführeligend vieleIST Leute zock탁.